hallo und herzlich willkommen bei red.gamble ich bin heute wieder auf die jagd nach dem ticket und heute habe ich das spiel hunter crash oder hunting clash aber ja gestern schon mal gehabt ich habe gestern noch nicht mehr weiter gespielt mal schauen was jetzt passiert aber ich denke wir müssen wieder schon mal vor uhr ok 2 uhr dann gucken wir mal ja was muss ich jetzt machen normal wieder schießen, jagen na gut, dann jagen wir wieder jetzt weiß ich ja genau was ich machen muss ich muss da anvisieren, den grünen punkt finden ach, nicht ganz, doch 100% ok jetzt machen wir mal das nächste tier weiter runter, kopf hoch doch doch was kann man denn noch hier machen außer ein berg ein berg kopf, geh weg da mhm 90% naja 5 Sterne aufsteh Platz 6 3 321 vielleicht immer so viele leute spinnerspieler nicht und dann wir haben wir mal weiter ein fuchs 90 prozent ok, Koyote, kein Fuchs schon wieder Breakdance ich helfe mal 98 prozent immer noch nicht weiter ich nehm mich mal um Red Dog Clubbeitretung 2 Koyoten 100 prozent ein Elch ein Weihnachtselch 1, 2, 3 oh, ein Wolf ich glaub in Wirklichkeit wenn sie nicht so nebeneinander stehen ich dachte ich habe schon beide naja was haben wir noch für Tiere Hasen Braunbär ach na doch 100% noch Spiel aber man kommt hier einfach nicht weiter oh na da da noch nie hat schau was jetzt für Tiere da sind ein Bär ich gebe dann aber den aber es war schon wo soll ich ihn treffen ich würde sagen hier das war auch vor das ist doch sogar Hirsch hm 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 prozent ach ein Hasen muss man alle vielleicht einmal so anvisieren um Punkte zu kriegen so ich bin da haben wir einmal da haben wir einmal ein Punkt da haben wir einmal einen Punkt und uuutt und Den haben wir. Was für Tiere muss ich denn noch fangen? Den haben wir aber auch schon getötet. Den habe ich auch schon. Yellowstone Elch. Schweinerei. Das war der eigentliche Fuchs. Ach, Kajote. Haben wir schon. Da der Wolf. Kriegen wir noch 100% bei denen hin. Ja, 100%. Das ist ja bei Tappi oder wie der heißt. Bapiti. Genau. Bapiti. Bapiti. Ach. Was haben wir noch hier? Das ist der Hirsch. Mal auch schon 100%. Nimm ein Bein weg. Maultier Hirsch. Ich krieg mal ein Level ab. Ich brauche nur 10 EPs. Aber irgendwie. Passiert hier nichts. Kajotenjagd. Kajotenjagd. Ich habe Kajotenjagd angewählt. Und das ist. Ist das ein Kajotenjagd? Hm, 85%. Ne, das war der Wolf. Kajotenjagd. Wo sind die Kajoten? Braunbär. Elch. Das ist ein Kajote. Oder ist das der Fuchs? 100%. Ja, das war der Fuchs. Kajotenjagd. Wo bist du? Ah, hinten die Schneeziegel. Die haben wir gestern schon mal geschossen. Aber noch nicht auf 100%. Ach, ich bin ja nicht auf 100%. Gibt's doch nicht. Da, das ist ein Kajote. 100%. So, da kriegt er jetzt die Punkte, oder nicht? Hey, ich habe Kajotenjagd gefangen. Naja, getötet. Hm. Den habe ich auch gerade schon geschossen. Die Ziege habe ich geschossen. Fangen wir mit den Hasen an. Da ist Hase. 100%. Aber ich kriege kein weiteres Level. Ich verstehe das nicht. Köder wechseln. Was für Köder? 25%, hm. Hase? Kein Hase dabei. 100% 2 Kojoten 80% Oh, das haben wir noch gar nicht. Eine Ziege? Oder ein Wider? 97% Hornschaf Wüstendick Hornschaf Dann möchte ich Hasen fangen Dann kommen keine Hasen Ah, hier ist auch was achter als der Kojote Ein Wolf Ah, das sind nur 60% Ich kann auch nichts machen. Erst ab Level 3 Aber ich kriege noch nicht nur die 10 Punkte hier voll Hm Ein Rotluchs Also es ist gleich aufgemacht wie das Spiel ähm mit den Angeln hier Fishing Clash oder wie das heißt Aber bei Fishing Clash habe ich geangelt und Habe immer Punkte gekriegt, dass ich Level Up hatte Aber hier irgendwie Ich hänge die ganze Zeit bei Level 2 fest Schon seit gestern Passiert gar nichts Warum? Warum? Dein Ergebnis zu 100 Punkte Hast du das schon gehabt? Ich weiß es nicht Ich weiß es nicht Fortschritt zur nächsten Belohnung 55 Ok, ich probier mal Ich schieße mein Tier Da war jetzt 55% Bei der nächsten Belohnung Ich bin auf Hase Hase Ich bin wieder kein Hase Aber hier Kojote Hase 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 Was mach ich hier falsch? Ich weiß nicht was Ich schwüli er hat kein Hase dabei Hier Mein Hirsch Ich bin auf Hase, da ist Hase, so, Hase, tut mir leid für dich, dass du da gerade durch ein Bildschirm holst, 93%, Schneeschuh, Hase, Event, Spielen, 55%, ich weiß es nicht, sorry Leute, ich weiß nicht was ich hier machen muss, kostenlos, immer das, abholen, kostenlos, hast du noch was kostenlos hier, ich habe ja hier 1463 Silber, ich habe gesehen mit Silber kann ich so ein Paket kaufen, kriege ich damit wenigstens ein Level ab, und das letzte Paket, Volt habe ich nicht, ok, so, das ist, ne, zu teuer, dafür habe ich gar nicht, gut, gehen wir jetzt nochmal hier rein, aufwerten, ich komme weiter, dafür kriege ich die Punkte, also musste ich mir immer solche Pakete kaufen, damit ich ein Level abkriege, aber was mache ich, wenn ich kein Silber für die Pakete mehr habe, Geld ausgeben möchte ich auch nicht dafür, ich kann noch nicht mal den hier aufwerten, den Lux, abholen, abholen, Stufe 4, hm, abholen, abholen, tach, da Lux, schön, ok, dann haben wir das wenigstens schon geschafft, was ist das hier, Tag, ah, jetzt habe ich meine Dailies, hm, jetzt geht es auch ein bisschen weiter, ok, wenn ich ein Duell mache, jetzt bin ich gespannt, wie sieht das aus, ein Duell, ähm, ich nehme den hier, ich denke mal, das ist das Prinzip wie, äh, beim Angeln, am besten ist immer das, mit den größten, Dinge zu finden, ok, hier ist erstmal ein, da ist einer, 100%, perfekt, dann brauche ich den schon mal nicht mehr, ich gehe zu den hier, Mackenzie-Wolf, oh, ich habe noch ein paar Sekunden Zeit, das ist, ist das ein Mackenzie-Wolf, ah, 97%, jo, das war der aber, kriege ich nochmal ein 100% davon hin, nein, nein, da ist er, 100%, ok, dann mal schauen, bislang lege ich nach vorne, zupi, Platz 1, in der Meisterschaft, oh, abholen, starten, 20 Sekunden, schauen wir mal, was in so ein Paket drin ist, derzeit kann ich ja schon mal, den Dux aufwerten, oh, nice, und ihn aufwerten hier, damit bin ich Level 5 jetzt, oh, Level 6 sogar, ne, Level 5, das kann ich dir, abholen, und was ist da drin, amerikanischer Wiesern, Rot, Luchs, und Coyote, wenn wir die auch mal, aufwerten, ok, gut, Meisterschaft, Belohnung abholen, ich bin auf Platz 1, Wettkämpfe, hm, nix, ok, ein Hund, ok, und so, dann würde ich mal sagen, das war's für heute, steht nice, aber ich komm da nicht rein, hm, kein Problem, kein Problem, da ich ja jetzt weiß, wie das geht, möchte ich gleich noch mal kurz schauen, und ich sag schon mal, Dankeschön fürs Zuschauen, ich werde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid, bis dann wünsche ich euch viel Spaß, und auf Wiedersehen, ciao, ciao, und auf Wiedersehen.